An einem internationalen Fechturnier in Warschau beteiligten sich die sechs besten Mannschaften der Welt. Im Finale der Gesamtwertung auf Säbel war Volkspolen durch Pawlowski und Ungarn durch Karpati vertreten. Treffer für Pawlowski. Die ungarischen Lehrmeister trafen auf gut vorbereitete Schüler. Ein Ausfall Pawlowskis erhöhte den Vorsprung. Trotzdem blieb Ungarn in der Mannschaftswertung vor Polen und Italien siegreich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017